No matter how hard, I try, try Wir hören ja zurück bei Raft Möchte ich dir eigentlich überreichen, Tobi Von Herzen Sauerstoff lädt wieder auf, wenn man auftaucht, Tobi Was denn? War der Tipp nicht gut? Hä? Was soll das denn jetzt? Was machst du auf meiner Seite? Was machst du auf meiner Seite? Was heißt hier auf deiner Seite? Die Metallkriege beginnen, ich brauch jetzt ein eigenes Floß Sonst ist hier gar nichts, auch nicht irgendwo zwischen Ich bin gleich da, ich plätscher nur so gern durch die Lagune hier Weißt du, Tobi, machst dich schon wieder über Sprachbehinderungen lustig, ja? Es ist schön ja soweit, ja? Musst du schon wieder Sprachbehinderung, bitte Musst du schon wieder nach unten treten, hm? Oh, ne Riesenmuschel Geil Oh, hier ist auch eine Geil Ne Riesenmuschi, äh, Muschel Ich mach erstmal ne rote Beete Tobias, bitte Tobias, bitte Der Witz ist doch deinem Tennis jetzt neu Ich hab den schon vor 300 Jahren gebracht Mein Name ist Eric Rang und ich war vor 300 Jahren schon lustig Ich glaube, der Tobi denkt die Folge ist vorbei, deswegen redet er sich wieder normal Hm, hallo, ich bin der Tobias, ich dachte halt die Folge, äh, guck mal, ich heiß bin, äh, Blumengrub, äh, Sophia, äh, der Eric ist so kacke, äh, meine Witze sind superb, äh, Kaffeesimulator Hm? Hey Tobi Ich hab in die Fischkiste geschissen Dann springe ich doch runter, ne? Joa, ja, ja, viel Glück, ne? Tschüsen, jaja, easy peasy Viel Glück 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 Hahaha Der Lachrasenmäher Hahaha Hahaha Tobias Hahaha Ich hoffe ich ertrink Hahaha Ich sage wir können da Kurs drauf nehmen und dann einfach die Inseln die da noch kommen mitnehmen Mhm Tobias hat eine sehr gute Idee Das sollten wir tun Was denn? Hahaha Hahaha Hayona Hahaha Hahaha Hata Aaaaaaah Gott, dieser verfigte Möwe Junge, Junge Ich zünd die an Huch Hahaha Hast du noch Platz im Inventar? Kannst du mal kurz ne Möwe rupfen? Achso, was denn? Ich kann die Feder nicht mitnehmen Ja, so gibt's mir auch grad Ich könnte die Feder mitnehmen Ich kann doch hier ein Palmblatt hinschmeißen, die Federn dafür mit Scheiß auf das Palmblatt Oh, Palmblatt kein Fertig So Und Blumis Ja, einmal, einer Blume fehlt ja schon Okay Ich glaube, die hat die Möwe weggeholt Ähm Ähm Was denn? Ich hab gesehen, was du da getan hast Tobi Tobi Tobias Tobi Tobi Tobias Riech mal Alter Warum hustet man, wenn man Durst hat Ach mal! Dieser verfickte Fotzenvogel Hahaha Was, Erik, was? So, warte, lass mal einen Grill frei, Tobi Ja Hey, hey, guck mal hier Oh, geil Wie gringt da Fotzenvogel? Hahaha Hahaha So Ähm Erik Was denn? Das ist doch, was willst du mich verarschen? Was ist denn mit dem Ding? Welches kranke Schweine das programmiert? Alter, verpiss dich Hä? Was denn? Ich wollte grad eine gegrillte Kartoffel nochmal auf den Grill legen Wobei, das wäre dann Chips Schon geil Ne gegrillte Kartoffel Wissen wir mal eine gegrillte Kartoffel? Hahaha Ne gegrillte Kartoffel Irgendwann fick ich diese Möwe Hahaha Was? Tobi sagt gar nichts mehr, der ist baff Absolut Isst du gerade was? Nein Absolut Hahaha Ich weiß nicht mehr Wo der Honig war War er hier oder in Kanada Obja Obja Wo ist der Honig denn drin? Obja Was ist das? Miriam Delay? Oder ist das eher der Katzen-Glo-Typ? Das ist eher, das ist eher äh Geistige Abstinenz Ah ok Also beide Hahahaha Entschuldigung Also vielleicht kann man das ja machen Oben Sand und ein Glas Huch 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 Bin ich jetzt schwanger? Huch Kiste Ich glaub ich würd hier Einfach schonmal Äh warte mal Was denn? www Was? Ne. Ne. Hm. Pfff. Ich hasse dich. Ich geh schon. Oh. Oh. Okay, du wachst schon hier. Ja, ich mach einfach hier. Wo ist es jetzt los? Oh. Was ruckelt noch mehr oder was? Ich glaube, dadurch, dass du jetzt mehr gebaut hast, reichen die Motoren nicht mehr. Mega Spoiler, nächste Folge Inselkunde. Durchs Dach? Blöde Sau. Mal gucken. Mal schnell alles aufmachen. Geil mitnehmen. Was ist das hier? Ein Aluhut. Die alles, die alles plach. Maxi, 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 Maxi ist da. Der blöde Wichsvogel trifft aber auch immer, ne? Ich scheißegal, wie sehr du ausmeichst, das Vieh trifft immer. Tobias, was ist denn los? Ich töte jetzt ein kleines hier. Willst du mal meinen Haifisch sehen? Möchtest du meinen Goldfisch streichen? Was? Was war das? Ich mach grad die Vogelschausche. Ich hör mir selber nie zu. Versteh ich. Weißt du Tobi, du kannst mal ruhig deine Fickvogelfresse halten. Hähä die Möchtesthaft. Wenigstes hab ich nicht so ne lächerliche Hai-Maske hier an Lande auf. Was? Vielen Dank fürs Zuschauen. Na, bis zur nächsten Folge. Cchurio mit Cchaurio. Tschüu, tschüss. Bis zum nächsten Mal.